Hallo KonFuZaya, hier ist sie wieder, eure Josie und heute haben wir ein neues Thema, das wird uns jetzt eine lange Weile begleiten. Es geht nämlich um World of Warcraft. Ich bin Spielerin der nicht ganz ersten Stunde. Ich habe angefangen damals, kurz bevor Burning Crusade rauskam, bin aber bisher immer bei dem Spiel geblieben. Ich finde es gut. Es gibt Kritikpunkte, klar, das gibt es in jedem Spiel. Aber ich bin ihm treu geblieben. Ich spiele immer noch, auch aktiv. Und ich habe vor, mit euch natürlich die neue Erweiterung zu spielen, die jetzt am 28.11. diesen Jahres erscheint, offiziell bestätigt von Blizzard. Heißt, Ende des nächsten Monats wird dann wohl auch das Pre-Event starten. Und wir starten das Ganze heute mit einem neuen Charakter, den wir zusammen entwickeln. Und dafür, ja, da lade ich euch ein, mich zu begleiten. So, ich wechsle mal in den Livestream. Da seht ihr schon, im Hintergrund haben wir hier den Bildschirm. Macht euch keine Sorgen, es wird nicht dieser kleine Bart-tragende Gnom werden. Nein, ich bin weiblich und ich stehe zu meinem Geschlecht. Und deswegen werden wir eine weibliche Gnomin spielen. Und die Links ist schon richtig, aber ich werde hier trotzdem mal bitte den Ton anmachen. So. Gut. Wir sind jetzt hier im Bildschirm für die Charaktererstellung. Groß, jetzt haarklein ausarbeiten möchte ich die kleine Dame nicht. Aber wir werden trotzdem ein bisschen was an ihr machen. Sie wird, wie gesagt, eine Gnomin wird sein. Es wird eine Schurkin sein. Und wir fangen das Ganze an. Die Frisur an sich finde ich schon nicht schlecht. Aber gucken wir mal. Also, als erstes mal, wir machen eine etwas dunkelhäutigere, aber nicht ganz so dunkelhäutig wie sonst. Sie ist, ja, mit Sommersprossen ist gar nicht so schlecht. Und die Affenschaukeln sind natürlich nicht schlecht, aber nee, das passt nicht. Das passt auch nicht. Ja, wäre was, aber... Ja, doch, das ist die richtige Frisur für eine Gnomin, Schurkin. Und... Ja, ich liebe Animes. Animes haben bunte, grelle Farben, also gibt es eine orange Farbe. Die Augen werden... Grün. Ja, passt. Ohrringe lassen wir so, wie sie sind. Die Ohrringfarbe machen wir blau. Hä? Was sagt ihr? Ja, ja, können wir sie lassen. Gut. Sehr viel mehr gibt es bei den Gnomin gar nicht einzustellen. Ähm... Andere Charakterklassen haben da wesentlich mehr. Und ich kann euch sagen, ich habe schon in die Traktür reingeguckt. Wenn ihr die Traktür später spielt, das wird richtig Hammer. Also, die Traktür haben dermaßen viele Einstellmöglichkeiten. Das ist nicht mehr schön. Ich habe für einen Probecharakter alleine eine halbe Stunde nur durch die einzelnen Sachen geklickt. Ohne, dass ich irgendwas groß eingestellt habe. Also, rechnet mal mit einer Stunde Einarbeitung, bis ihr da wirklich einen Charakter habt, der dann entsprechend gut funktioniert. So, ich sollte natürlich auch wenn schon den Ton auch im Spiel anmachen. Den hatte ich hier bei mir ausgemacht, damit der nicht die ganze Zeit über den Screen läuft. Jetzt habe ich ihn eingeschaltet. So, gut. Ähm, dann geben wir der Kleinen mal einen Namen. Wie wollen wir sie nennen? So. Nea. Äh, Nea. So viel. Nea. Ne, nicht Neena. Nea. Nea. So, so, Venea. Gucken wir mal, ob der Charaktername noch da ist. So, ähm, ich könnte jetzt die Insel der Verbanden spielen. Das wäre natürlich eine interessante Sache. Ich könnte natürlich auch nach Gnobaregan gehen. Ich, ähm, habe die Insel der Verbanden schon mehrfach gespielt. Es ist ein schönes Gebiet. Man kriegt auch eine schöne Rüstung. Die habe ich aber natürlich schon, weil ich das Gebiet schon mehrfach gespielt habe. Und deswegen würde ich sagen, wir gehen direkt nach Gnobaregan und fangen dort an. Und gucken uns an. Also, ich hoffe, ihr habt jetzt nicht allzu viel gesehen, aber das werde ich einfach dann überdecken. Keine Sorge, ihr werdet nicht sehen, was für Charaktere stehen. Aufgrund der jüngsten politischen Umwälzungen in Eisenschmiede waren die Gnome in der Stadt schlagartig nicht mehr willkommen. Sie haben deshalb begonnen, ihre Rolle in Kasmodan zu überdenken und ihre geniale Technologie und unstillbaren Durst nach Abenteuer voll auszuschöpfen. Nun planen sie unter der einfallsreichen Führung von Hochtüftler Meccadrill einen mutigen Feldzug gegen die grausamen Trox, um ihre frühere Hauptstadt, Gnome Regan, zurückzuerobern. Da ihre Chancen schlecht stehen, zählen die Gnome darauf, dass mutige Helden wie ihr vortreten und Farbe bekennen werden. Die Schicksalsstunde eures Volkes hat geschlagen. Ja, dann gucken wir mal und starten rein. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe schon ewig lange kein Knobeer hochgespielt und deswegen natürlich auch keine großen Erfahrungen damit. So, wir müssen aber mal gucken. Jetzt bin ich gerade mal an. Und zwar habe ich natürlich dadurch, dass ich natürlich auch eine entsprechende Einstellung, was die Sachen angebriert uns. So, also als erstes mal machen wir jetzt hier mal einen Klick da drauf. Wir gehen auf Konfiguration, das ist aber falsch. Wir gehen hier drauf, wir gehen da drauf, wir gehen da drauf und machen die Einstellungen da. So, dann gehen wir hier drauf, nein, das ist die falsche Taste gewesen, wir gehen dann auf die Profile und dann den Skopieren von der Priesterin. So, hier machen wir einfach rechts noch teilgeben. So, jetzt muss ich gerade mal gucken. Ah, okay, das ist wirklich, also muss ich erst noch mal hier rein und gehe dann da mal den Aktionsgeist. Das ist doch ein bisschen, so kann ich dann hier keinen drauf. Ah, jetzt geht es. Gut, okay, das ist, ah, okay, das ist also hier auf der Seite wichtig. Zack und zack. So, dann fixieren wir das Ganze, da fixiere ich das Ganze gerne. So, dann gehen wir in sechs. Machen wir hier ein, hier, voll. Ja, dann kriegen wir neue Ladebildschirms, klar. Ja, ich habe, wie gesagt, so ein paar in uns, die ich habe und die ich auch gerne nutze. Und das ist dann, das mag ich so, okay. Wie leistet es so, dann fangen wir mal an. Willkommen! Also, mein Name ist Neven Ralsang und ich bin der Kommandant der Sicher. Ich weiß nicht, wie ihr die Strahlung hier unten überlebt habt, so viel näher, aber die meisten anderen hatten nicht so viel Glück. Mein Team sammelt zwar die Überlebenden, aber es gibt so viel strahlungsgewirrte Lepragnome, dass wir sie nicht mehr lange zurückbrennen können. Sie haben den Verstand verloren. So ihr noch stark genug seid, um eine Waffe zu heben oder einen Zauber zu wirken, könntet ihr uns helfen, ein paar Lepragnome auszuschalten. Ja, und wir sollen dann töten. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich bin Lepragnome. Nein, stimmt gar nicht, sechs Lepragnome. So, dann fangen wir mal an. Der Schurke hat natürlich noch nicht viel, aber... So, gut. Dann gucken wir mal. Da ist ein Lepragnome. Das war ganz schön. Ich bin gewohnt, ausgeskillte Schurken zu haben. Ah, okay. So, wir müssen jetzt natürlich hier, ähm, was das Problem ist, ähm, wenn wir uns da noch was einstellen. Ich bin nämlich ein Verständnis dessen, dass der Lepragnome. Ich bültere gerne. Ich bültere schnell. Ich bültere schnell. Und dann kann ich wenigstens dann was machen. So. Jetzt muss ich jedes Ding, wenn ich eins zu arbeiten. So, dann haben wir hier nochmal. Ein, 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 ein. Und noch ein. Ja, das ist gut. So. 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 Jetzt haben wir das Ganze erledigt. Jetzt gehen wir wieder zurück zu dem, ähm, Pantralfang. Bei den Gnomen bin ich übernommen. Seid gegrüßt. Gut gemacht, Sominéa. Meine Männer werden jetzt übernehmen. Konzentrieren wir uns darauf, die anderen Überlebenden herauszubringen. Man sieht sich. Und wir haben natürlich gleich geschafft, dass wir jetzt, äh, das nichts Level erreicht haben. Ausweitens ist nicht mein Finish-Move normal. Aber, da wenige anderen noch nicht haben, behalten wir den erstmal bei. Ähm, ich werde meine Leute darauf vorbereiten, diesen Ort zu verlassen. Wir können hier nicht mehr länger ausharren. Ich möchte, dass ihr euch in die vorgeschobene Position mitten in der großen Zimmer vor uns begehen. Dort sollte Karo Sprengbolz, äh, solltet ihr Karo Sprengbolz vernehmen. Er wird euch weitere Anweisungen geben. Viel Glück, Sominéa. Und wir sehen uns an der Oberfläche wieder. Ähm, ja. Hinpau, hinpau. Wir müssen jetzt in den Baum gehen. So, und, äh, dort dann weiter sehen. Lustig finde ich, jetzt, nachdem sechs Stunden getötet worden sind, haben sie plötzlich die Möglichkeit, hier, äh, zu agieren. Vorher hatten sie das nicht, also, irgendwie verstehe ich das nicht, aber gut, okay, ist halt so. Ähm, gut. Also, da haben wir Karo Sprengbolz von sicher. Welch Freude euch zu sehen. Hat Neffel euch geschickt, äh, Neffel euch geschickt. Wieso komme ich jetzt auf Neffel? Bin ich jetzt bei Karo in den Vorder gelandet? Nein, natürlich nicht. Hat Neffel euch vorgeschickt. Das bedeutet, er bereitet sich darauf vor, die Mission zu beenden. Doch es müssen immer noch Überlebende gerettet werden. Wir müssen ihnen helfen. Ja, dann helfen wir ihnen mal. Wenn wir nicht bald handeln, werden weder Neffel noch die Überlebenden hier heil herauskommen. Ich werde euch ein Notfalltransport-Signal meiner Einheit geben. Wir haben noch genug Kraft und Position, um uns, äh, nach oben zu kämpfen. Aber die Überlebenden können nicht mithalten. Ich setze das Signal bei den Überlebenden ein, damit sie in eine Situation, die meine Männer errichtet haben, teleportieren werden können. Erstanden, ihr bricht, sobald ihr das Erlebende weg ist. Und wir werden dafür sorgen, dass ihr hier wegkommt. Ja, dann sind wir mal drauf. Wie habe ich das Gefühl, dass das nicht die letzte Mission sein wird? Ja, so. Das heißt, wir haben da unten ein paar Grüne, die wir raus teleportieren sollen. So, das heißt, wir machen das so und dann, äh, ja, wo ist denn? da. Ähm, ja, normalerweise scheinen dann über die Runden zu passen. Also, wir sollen insgesamt sechs Überlebende retten. Das Problem bei den sechs Überlebenden, die wir retten sollen, ist, dass die Lebbanknobel, die wir gegenfeiern, uns natürlich das Ganze nicht so einfach machen lassen. Obwohl, die sind nicht gelb, das ist gut. Ja stimmt, wir sind im Start, da ist ja noch nichts Rotes. Das heißt, wir können hier wunderbar agieren, ohne dass da was passiert. Früher, also zur Anfangszeit, als ich angefangen habe, war das noch nicht so. Erstens mal, äh, hat man wesentlich länger laufen müssen und wenn man dann das Lauf, äh, das Level hatte, um nicht mehr laufen zu müssen, sondern reiten zu können, hatte man nicht das so ein bisschen Kleingeld reiten zu können, äh, beziehungsweise sich das Reiten kaufen zu können oder, äh, das Reit gekauft zu können, eins von beiden, für eins von beiden hat das Geld nie gereicht. Heute ist das ja nicht besser, heute ist das ja alles wesentlich einfacher. Ähm, finde ich ganz gut, man kommt schneller voran, man kann besser agieren, aber es ist natürlich immer noch, äh, ein paar dabei gespacken für die alten, eingesessenen, die hier sitzen und es noch nicht wissen, wie das Ganze läuft und, äh, die dann halt wesentlich übereinfacht sind und sich darüber amüsieren, warum die alten sagen, die haben alles so einfach. Äh, ich bin, wie gesagt, bis Level 60 gel- äh, gelaufen, ja, und konnte mir dann damals manchmal das Reiten reißen, äh, weil ich ein Stück Geld hatte. Äh, das wird bei dem Tag ja nicht passiert, aber wir haben jetzt die Quest beendet, wir haben unsere Leute gerettet und jetzt geht's weiter. Es wird Nevin freuen, dass ihr so viele Überlebenden helfen konntet. Ich, äh, kann immer noch nicht fassen, dass ihr trotz der Strahlung hier unten noch so stark seid, ihr habt ja den Zustand der anderen Überlebenden gesehen. Ab mit euch zum Laderaum zur Dekontamination. So, der Tag leuchtet schon. So, unser Sequest steht an. Ausgezeichnete Arbeit, die anderen Überlebenden einstammeln. Sie und ihr seid der Grund, dass das Sicher-Team immer wieder hier unten runterkommen wird. Nevin, gib keine Ruhe, bis nicht auch der letzte Überlebende gefunden und gerettet ist. Ich schicke meine Leute in den Laderaum, um die Dekontamination vorzubereiten. Bitte folgt ihnen und zum Körper Stuhlfeder bei eurer Ankunft auf. Sie wird euch für die Dekontamination vorbereiten und auch den Weg zur Oberfläche bringen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Äh, das wünsche ich dir natürlich auch, also einen schönen Tag. Ja, dann sehen wir mal. Wie gesagt, als ich damals angefangen habe, hier unten das, glaube ich, auch nicht Startgebiet. Nein, da war das noch ein bisschen anders und überall wurde man angegriffen. Man konnte sich nicht aus dem Startgebiet rauskämpfen. Das war frustrierend. Jedes Mal, wenn man in den Schritt gegangen ist, war man in der nächsten Minute tot. Und das war ja, eine schöne. Heute ist es ein bisschen schöner. Sie haben die Startgebiete so gemacht, dass in den Startgebieten, man kann bestimmte Friesen angreifen. Das sieht man daran. Grün, natürlich kann man nicht angreifen, weil ich die gelbe kann man angreifen und die auch. Hier sehen wir schon, hier sehen wir die rote, aber die sind hier rot, weil sie hier natürlich von anderen in den ganz rechtlich verteidigen können. Und da haben wir das gelächter weiß, aber so. So, da haben wir die Gaffer Spulfeder. Hey, wie geht's? Man sieht sich! und ich möchte nicht gerne raus, auch wenn es da oben wo wir hinkommen eisekalt ist. Und wie man sieht, wir haben hier nur ein kurzes T-Shirt an. Ihr seid schon sehr lange hier unten, die Gnoberegansomilea, und es ist bemerkenswert, dass wir das überlegt haben. Noch bei Verstand sein, wir müssen euch rausholen. Bevor wir euch zu den anderen Gnoban Oberflächen schicken können, müsst ihr dekontaminiert werden. Gebt euch den wenigsten Raum und versteigt den Sanitron 500. Er wird den Rest erledigen und es wird nicht wehtun. Nicht sehr. Das ist nicht gut. Meldet euch bei technischer Frage und werdet hier fertig sein. Er wird euch geeignete Ausrüstung besorgen. Ich lebe jetzt wohl. Aber natürlich machen wir erstmal eins. Wir gehen auf K. Ich weiß, es gibt eine schnellere Möglichkeit, aber ich mache das so. So, hier stellt das Ganze auf K. Nein, nicht auf K. Auf den letzten Linke. Und zwar habe ich das so eingestellt, dass ich mit der Tastatur das Ganze mal renne. Ich weiß, ihr hört meine Knacker hier. Wenn ich nicht bin. Jetzt geht's los. Dann müssen wir nicht viel machen. Das machen nicht von alleine. Zack, ja. Ich finde es lustig, dass die Dinge in die Linke an der Seite spüren. Das ist immer noch ein Bug, der ist schon seit ewigen Zeit und bis heute hat es Blizzard nicht kaputt raus zu bringen. da. Seht wir mal. Was ist der Unterschied zwischen Technologie der Gnobo und der Goblin? Ganz einfach wie der Gnobo geht nur kaputt. Wie er kommt ins geht grundsätzlich los. Meistens wenn man sie noch in der Hand hat. So, ich sehe hier gerade etwas und zwar muss ich doch mal ganz ehrlich sagen ich muss das Ganze ein bisschen hoch ziehen damit ihr das hier lesen könnt. Ich habe nämlich intelligenterweise hier unten ja seht ihr ich habe hier unten in die Ecke ein neues hier Fenster reingepackt das in der letzte Vorlage von hier in meinem Kanal folgt und ja genau so jetzt könnt ihr euch an die Oberfläche gehen und ein neues Leben geben naja sehen wir mal zu der Hochtüftler wird begeistert sein wenn er euch wenn er von eurer Eingrufe erfährt ja dann freuen wir uns mal und wenn es ins Wagen Neven hat gerade gemeldet dass er und seine Leute auf ihr Weg zur Oberfläche sind er erwartet euch das sicher zum Hauptquartier auserkoren hat seht ihr Torben Knallbolster hinten sprecht mit ihm wenn ihr zur Oberfläche auftreten wollt und er wird den Transporter für den Transporter zogen es wird mir eingekriegt euch kennenzulernen so wie er und ich fühle mich geehrt eine kleine Reue in eurer Flucht aus Korrigan und dem Beginn eures neuen Lebens an der Oberfläche gespielt zu haben ja das ist schön richtig genau richtig du hast voll und ganz recht so gibt gibt jetzt zwei möglichkeiten ich könnte den aufzunehmen aber wir sind mal loben technik bringen mich an die Oberfläche so schnell geht das seht ihr mal der ist schneller als jeder Aufzug und sogar schneller als das Beamen bei der Enterprise da kommt der nächste so und da haben wir wieder Nevin jetzt frage ich mich eins ganz ehrlich ich bin durch diese Räume gerannt Nevin war hinter mir der war ja in dem Raum am Anfang wie zum Geier ist der ohne dass ich ihn gesehen habe an mir vorbeigeschlüpft und hier hochgekommen es ist sehr sehr interessant aber ihr werdet feststellen falls ihr das Spiel nicht kennt und das seht dass es immer wieder so ist dass Charaktere komischerweise an mehreren Stellen gleichzeitig sind oder sogar mehrfach vorkommt kann ich euch helfen schön euch wiederzusehen Sovinia ohne eure Hilfe wäre uns dieses mal nicht gelungen so viele Überlebende aus Glomerigan zu retten alle wollen euch treffen und eure Geschichte hören jeder Überlebende den wir aus den vergifteten Hallen von Glomerigan befreien können ist wie ein Sieg für uns Kämpfer wie ihr werden eine wichtige Rolle in der Zukunft von Glomerigan spielen Aus diesem Grund hat unser Herrscher Hochtüftler Mechadrill ein Team von Lehrer zusammengestellt die euch helfen werden eure Künste zu erlernen Kelsi Stahlfunken ein wichtiges Mitglied des Geheimteams Gnummer Regan wird eure Ausbildung und eure Anpassung an das Leben auf der Oberfläche überwachen ihr findet sie nordwestlich von hier im Ratszelt na dann gehen wir mal also wir können uns dann werden wir bei ihr ankommen eins von den beiden man sieht sich da fällt mir aber ein da ich natürlich einen sehr alten Account schon habe gehen wir mal über Steuerung P damit kommt man in die ganzen Sammlungsdinger hinein so das machen wir zu ich habe hier schon eine ganze Menge Sachen gehen wir mal in die Erbstücke rein und rüsten unseren Charakter aus das schöne ist das kann man wunderbar einfach machen so dann nehmen wir das da wir nehmen den Umhang wir nehmen das da und das da und dann nehmen wir einen Umhang so dann nehmen wir zweimal den so jetzt wieder mal hier äh kriegt die Klammerwertung die hat jetzt vielseitigkeit ein bisschen Klammerwertung aber okay wir haben aber hier auch die Klammerwertung und das wahrscheinlich eben bleibt beim Tempo so und dann nehmen wir zweimal die Talia so genau so und dann gehen wir 10 und machen 1 2 3 5 6 7 8 9 10 so ähm ich weiß also früher war es so früher hat man in diesen mit diesen ähm ähm sogenannten Erbstücken den Vorteil gehabt dass man ähm ähm Levelsboosts bekommen hat man hat konnte dann damit anfangen und entsprechend anzeigen dass man ähm wie heißt es ähm dass man mehr XP bekommen hat und schneller gelevelt hat das ist mittlerweile rausgenommen und zwar wurde das mit dem Addon Shadowland verändert aber der Vorteil ist dass man jetzt ähm die Rüstungen wenn man sie hat sie werfen immer noch ähm also hier sieht man ähm ich komme mit der bis Stufe 44 und das äh ist hier unten zu sehen also da unten über das hergestellt von und damit kann ich dann ähm entsprechend agieren ähm und kann damit dann ähm mir sparen die Ausrüstung zu kontrollieren ab und zu hat man mal den Punkt dass man eine Ausrüstung findet die besser funktioniert als die die man hat und ähm dann entsprechend ähm sich überlegt wird nicht genehm aber solange man diese Levelrüstung anhat sollte man die behalten und den Rest verkaufen man kriegt dadurch eine ganze Menge Geld und ähm kann dann entsprechend auch ähm wenn man das braucht dann später armieren zumal während des Levels natürlich die Sachen immer wieder hochgehen aber eins werde ich jetzt auf jeden Fall noch machen ich habe bei den Reizutieren ach so die kann ich natürlich auch nicht schützen ah ok das ist unser Problem Moment ich habe einen Shopper genau da ich habe einen Shopper der kann hier hin ich habe nämlich die Möglichkeit nicht zu Fußrennen zu müssen ich habe einen Fahrer und zwar Frankl Martin den Transporter so Menschen sieht man mal selbst die Gnome lassen die Menschen für sich arbeiten so hier ist Kelsai Stahlfunk einsatzbereit wir nehmen ähm es gibt leider immer wieder kleine Fehler weil manche Add-ons die ich besitze nicht aktualisiert werden mehr aber sie funktionieren das ignorieren mache ich einfach mehr weg äh ich reguliere das damit es nicht zurückgesetzt wird und es funktioniert das ist das was wichtig ist das funktioniert genau so also ähm wir haben jetzt die Möglichkeit den Todesstern wir sind doch bald Strahlhaus gegangen äh den Todesstern zu nehmen ohne das Vipromesser für den Schurken meiner Spielweise würde das Vipromesser besser kommen da ich es aber nicht brauche weil ich ja die Levelwaffe habe nehme ich den Todesstern warum er wird umrandet das heißt für dieses bekomme ich mehr als für dieses heißt so normalerweise heißt das auch das ist besser für mich geeignet als das ich nehme den weil ich den auch besser verkaufen kann gut ich habe jetzt vergessen den Text vorzulesen tut mir leid passiert wird euch hin und wieder mal passieren dass ich mal was vergesse ähm aber wir haben es lange genug gesehen ihr könnt es also durchaus im Bildschirm nachlesen genau also machen wir weiter ich weiß nicht ob ihr euch an Mechadrill erinnert Nevin teilte mir mit dass Gedächtnisverlust bei den Überlebenden von Pnummerigan sehr häufig vorkommt Mechadrill oder richtiger der Hochtüfter Mechadrill ist der Anführer aller Krone er hat sich zur Gewohnheit gemacht jeden geretteten Überlebenden persönlich kennenzulernen ihr solltet euch ihn vorstellen er findet sich bei seinem Kriegsrat in dem Zelt mitten in der Stadt ihr könnt doch nicht zählen den Weg zu Mechadrill ähm bei einem Zelt mitten in der Stadt ah das ist da äh ich weiß zwar nicht wieso das mitten in der Stadt ist obwohl doch na da sind ein paar Gebäude da ist ein Gebäude es sind zwei Gebäude okay ja kann man so was okay da haben wir Mechadrill in dieser Fassung noch vollständig intakt und äh lauffähig das wird sich im Laufe des Spiels ändern das kann ich euch garantieren oder sagen leider gut aber machen wir im Zweifel lieber planen schön euch kennenzulernen so viel nehmen wahrscheinlich habt ihr andere bereits von der Operation Knobaregan sprechen gehört lasst mich euch ein wenig darüber erzählen was geschehen ist und warum wir die Zwergenstadt Eisenschmiede verlassen haben ja bis dato waren die Zwerge Stadt äh Eisenschmiede das ist so eine Stadt die ist da hinten so in diese Richtung ähm die das Hauptgebiet der Gnome sie hatten dort einen Platz den haben sie auch immer noch aber sie benutzen ihn nicht mehr so Mechadrill ist ab und seitdem hier in diesem Gebiet weil es da Ärger gab ähm das hat damit zu tun dass ähm eine gewisse Person die Führung der Zwerge übernommen hat und das war nicht ganz so das was den Gnomen gefallen hat die Zwerge von Eisenschmiede nahmen uns freundlicherweise auch als die Trockinvasion und die Strahlung uns zum ersten Mal Zwang Gnome anzubelassen doch selbst die Hilfsbereitschaft von Freunden kann das ein wenig unterdrücken ich habe um die Hilfe mutiger Gnome und anderer Mitglieder der Allianz gebeten gemeinsam wird es uns gelingen die Kontrolle über den Gnome Regan wieder zu erlangen und Drohnen Räuber Thermadraht fürs ein für alle Mal zu besiegen wir können könnten mit Operation Gnome Regan nicht alles erreichen was wir uns vorgenommen hatten aber Thermadraht ist auf der Flucht und wir sind unserer Heimat einen Schritt näher ja man muss dazu sagen seit dem ersten Erscheinen von W.O.W. kämpfen die Gnome um ihre Heimat und haben es bis heute nicht geschafft zu zurückzaubern das liegt ein bisschen daran dass Blizzard immer nur die aktuellen Stränge weiter bearbeitet und alle alte Sachen einfach mal nach hinten schiebt und diese Sachen auch im Hintergrund nicht vorantreibt das ist ein kleiner Kritikpunkt den viele Spiele auch anbringen hoffen wir mal dass sie das irgendwann mal lernen und auch alte Sachen wieder bringen da haben wir jetzt einige Städte die wieder zu altem Glanz erstrahlt sind in der letzten Erweiterung und Überarbeitung bekommen haben hier wäre es mal schön wenn die Trox endlich aus Gnome Regan verschwinden und die Gnome eine Heimatstadt bekommen ich denke mal ein oder zwei Völker der Allianz die keine Heimat besitzen reichen wir mussten nicht ständig allen Völkern der Allianz ihre Heimatstätte nehmen und ja genau ich zähle auf euch so dann informieren wir uns wir versammelten eine mächtige Truppe besiegten Thermadrats Diener und erkämpften uns unseren Weg in die Stadt doch der Eindringling hatte ein letztes Ass im Ärmel es ist zu still wo sind Thermadrats habt ihr etwas auf dem Herzen Nein 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 Sicherheit geht vor Ihr habt gestiegen einen eis Tonäuber ich lasse das nicht zu aktiviert das ultimative Es ist eine Falle! Das ist ein full-funktionssichtiger Verstrahler! Verstrahler 3000 aktiviert! Achtung! Notfall! Sie haben jetzt 10 Minuten, um den minimalen Sicherheitsabstand zu erreichen! 10 Minuten? Genug Zeit um das Ding zu entschaffen! Hinkels! Das surrende, bronzene Dings da und etwas frisches Quellwasser! Raddreh! Den schmutzigen Trockstoff und eine Handvoll Kupferbolzen! 10 Minuten? Du hast die Werkseinstellung bei mir halten? Gib mir die Steuerung! Achtung! Wir haben jetzt 10 Sekunden, um den minimalen Sicherheitsabstand zu erreichen! Wir müssen hier raus! Lafort! Beamt uns zurück! Schnell! Na, wir mussten uns zurückziehen! Thermadraht versteckt sich weiterhin hinter der Strahlung und schickt seinen Spießgesellen Ritzelstoß, um uns auf der Oberfläche zu schikanieren! Gibt's was zu berichten? Was in Gnobaregan passiert ist? Und ich hätte das beide überlesen! Wie gesagt, ich habe schon lange keinen Charakter mehr rumgespielt! Also machen wir weiter! Im Moment wagt sich nur die Teams von sich hinunter in die Stadt, um nach Überlebenden zu suchen! Währenddessen hat Thermadraht seine Anhänger Ritzelstoß ausgesandt, um uns abzulenken und sich selbst Zeit zu verschaffen, sich einzugraben! So, wir haben schon 4 erreicht! Heißt, wir kriegen, glaube ich, nein oder doch nicht! Ich muss gleich mal gucken, ob wir wieder was bekommen haben! Genau! Ähm, wir haben alle Waffen, Erfindungen und Soldaten... Nein, wir werden alle Waffen, Erfindungen und Soldaten brauchen, die wir kriegen können, wenn wir Ritzelstoß und seine Anhänger besiegen wollen! Im Nordosten werdet ihr Ingenieure Schleiffunk finden, der eine neue Generation brillanter Gnomendenker angehört! Stellt euch vor, er hat seit mehr als 3... Nein, er hat seit mehr als 3 Prototypen keine Explosion mehr! Wow, welch ein bahnbrechender Fortschritt, genau! Äh, genug angegeben! Ingenieur Schleiffunke arbeitet an einem Board, mit dessen Hilfe der toxische Flugplatz reinigen will! Äh, stellt euch ihm vor, vielleicht könnt ihr ihm bei den Tests der Bots helfen! Ja, nein! Und weil wir ja nicht dumm sind, wir laufen ja nicht... Lieber gut und schlecht gefahren, als gut gelaufen, oder so ähnlich heißt das! Ähm, ja, genau! So, da oben ist das Fragezeichen, das ist schön, die Karte... Ich fahre jetzt mal gerade noch mal ein Stück zurück... Hier oben seht ihr ja die kleine Karte, da sieht man relativ viel... Wenn man eine größere Karte haben will, hat man hier... So, ich mach mal hier das Hilfssystem weg... So! Hier neben seht ihr... Ähm, da seht ihr die aktiven Westen, da haben wir momentan nur eine... Und hier das Gebiet, in dem wir aktuell sind... Das ist, ähm, das Gebiet der Zwerge... Ähm... Damit ihr das schon mal wisst... So, und dann habt ihr... Seht ihr, ich hab... Äh... Schon mehrere... Äh... Das Spielsystem drückt... Hier haben wir Azeroth, Drenor, das ist das gleiche wie hier, die Scherbenwelt... Nur, das ist die Unverderbte, das ist die Verderbte... Und hier sind die Schattenlande, das sind die Totenreiche... Da kommen wir aber später erst hin... So... Machen wir also weiter... So... Genau, hier haben wir den Schleiffunk... Alter, gehen wir mal... Seid gegrüßt! Sogar Megatild selbst hat also von meinem kleinen Projekt gehört... Wunderbar! Mein neuer Prototyp ist zwar fast fertig... Aber ich... Könntet mir noch bei der Suche nach den letzten Teilen helfen... Ja, das Suchen und Schinken von Teilen, die eigentlich überall rum... Die jeder selber finden könnte, ist so eine Hauptaufgabe in B.O.B. Aber das ist bei vielen Endung, wo es ja so... Mach dies, töte das... Sammle mir davon und bringe mir das dahin oder lauf dorthin und such mal da... Aber... Ja... Genau... Ich kenne ein Spiel, das hat eine etwas bessere Hintergrundgeschichte, was das angeht... Auch ein bisschen zusammenhängender ist, als das hier bei... Dieses Flickenwerk hier bei B.O.B. Aber wie gesagt... B.O.B. ist mein erstes... Ähm... Rollenspiel... Oder das einzige Rollenspiel, was ich so lange spiele... Es gab vor ewigen Zeiten mal... Äh... Ultima Online... Da habe ich sehr lange gespielt... Und... Das ist aber nicht mehr das, was es früher mal war... Deswegen... Ähm... Spiele ich das nicht mehr... Das ist auch nicht mehr so zeitgemäß... Und... Da, wo ich gespielt habe... Da spielt keine Hunde... Es gibt viel zu tun... Und... So wenige Gnome... Die in der Lage sind mir zu helfen... Der Hochköftler hat mich gebeten... Einige alte Bots und Teile der Operation Gnomeregan auszuschlachten... Mit ein wenig Glück kann ich eine neue Reihe Multibots demnächst in der Praxis testen... Hättet ihr vielleicht Zeit um mir zu helfen? Es liegen alle möglichen Teile hier oben... Eben alles auf, was ihr findet... Und bringt es mir... Wer weiß, was... Sich davon als nützlicher warst... Gut... Wir sollen sie... In port! In port! Und das erste liegt schon hier... Das blinkt so schön... Das nehmt dann auch gleich mit... So... Dann gucken wir mal da hinten... Ist eins... Wir rennen jetzt mal... Von... äh... Zu Fuß... Genau... Weil immer auf, ab, auf, auf, auf... Ist gleich... Oh, guck mal eine... Fluchskätzchen... Hm... Oh, das hatte ich noch gar nicht... Hm... Das Problem ist ja, ich das jetzt angreifen... Es gibt hier eine Schufsache... Die nennt sich... Und dann... Ähm... Ähm... Ne... Das muss ich machen... Ich brauch... Aber ich denk mal... Nein... Ich will das... Ich will das... Ach... Sag... Stopp... Ja... Oh... Okay... Aber jetzt kann ich das machen... Ja... Ja... Und damit... Das ist fantastisch... Und... Und werden dann mal gucken... Ah... Da ist der Bot... Der rennt jetzt hier und her... Interessant ist, dass... Ähm... Begleiter grundsätzlich immer genauso schnell sind wie die... Ähm... Reiztiere... Oder die Fahrzeuge... Was... Äh... Sehr interessant ist... Vor allem... Wenn... Dann wirklich... Ähm... Mal... Was wichtiges ist... Also... Am Anfang ist man ja ein bisschen schnell... Aber ich bin jetzt mal schneller... So... Wir werden jetzt mal... Wir können uns... Bitte... So... Ah... Hm... Hm... So... Ah... Sie läuft... Ich weiß nicht... Ich weiß nicht... Ich weiß nicht... Wenn ihr jetzt bei jedem Kaisier so lange braucht... Dann sind wir morgen noch nicht fertig... Können du... Bitte... Ah... Danke... Jetzt ist er doch ein bisschen höher... Er ist auf den Geschmack getroffen... Habt ihr gemerkt... Ja... Er... Er bewegt sich schneller... Los... Da ist er... Mach... Sauber... Hopp... Wenn du fertig bist... Kommst du hier vorbei... Und machst du die Wohnung sauber... Wir sparen hier wohl... Wenn er schon gerade dabei ist... So... Oh... 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 Was ist denn das? Ein... So was... Ein Rare... Ja... Das war ein Rare... Das heißt... Der hat was dabei... Was... Wie gesagt... Also... Das ist bereits bekannt... Zum einen... Da... Ich hab schon mal... Auf den Charakter der... Ah... Auf den Charakter der... Ach... Ich hab ja schon gespielt... So... Aber ich hab... Den Leidensstoff... Den kann man... Könnte man früher... Für... Gebende benutzen... Heute braucht man die nicht mehr... So... Er hätte eine... Er würde mir eine Stärke schenken... Dafür würde mir die andere Sache weg... Und... Gehen wir weiter... So... Los... Da... Mach... Mach... Hopp... Geh sauber machen... Hallo... Hier... So... Würdest du bitte... Ah... Das ist... Da... Da gibt man ihm mal... Eine Sekunde lang... Eine Pause... Und schon hat er... Hat er... Kleine Bot... Keinen... Keinen Bock mehr... Stopp dann... Ah... So... Gut... Aufsitzen... Oh... Da ist irgendwo eine Queste... Die holen wir uns gleich ab... Garantiert sich... Das eine Queste... Die wir hätten jetzt... Mit dir ganz zusammen machen können... Aber wir... Trotzdem mal... Wir geben uns das mal... Die Bogen... Geben den ab... Wieder... Und dann holen wir uns... Diese eine Queste noch ab... Oh... Ich werde ein... Ah... Da ist auch noch mal eine Queste... Seht ihr... Das ist... Da hab ich mich... Freude euch zu sehen... Wow... Ich hätte nie gedacht... Dass er auf Anhieb funktionieren würde... Äh... Ich meine... Wir hatten Erfolg... Ich frage mich... Was... Man sonst noch... Mit diesem praktischen... Kleinen... Anfangen kann... Ja... So... Ich mach jetzt erstmal hier unten... Zwei Sachen... Also... Kann ich euch helfen... Was... Die meisten von uns... Haben... Die kranken... Und deren Gnome gesehen... Unter den Folgen... Der Gifte... Und der Strahlung... Die Gnomerik anleiten... Der Niedergang... Ist erst verendet... Der Tag... Leuchtet schon... Wie gesagt... Ähm... Wir werden übrigens... Deine ist ein bisschen länger... Aber... Haben wir nicht... Ähm... Aus dem ganz einfachen Grund... Ich... Werde bis um... 18 Uhr... Spielen... Und... Dann darf noch... Die Hapsack... So... Jetzt gehen wir erstmal hier hin... So... Ne... Ähm... Das ist falsch... Okay... Ah... Hinter dem Haus... Sag mir das noch... Wenn jetzt einer kommt... Sagt hinter dem Haus... Auf dem Haas... Will... Willkommen... Will... Tok... Mick Spross... Hat... Eine... Theorie... Erglaubt... Dass... Eine... Handel... Um... Deshalb... Haben... Meine Männer... Befehl... Erst einmal... Nicht... Anzugleich... Denn... Es... Dabei... Hinten... 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 Gut... Dann... Fangen wir mal an... So... Jetzt... Endlich... Rett... Hop... Rett... Draufhauen... Zweimal rein... Zweimal tot... So... Dann... um an den Sitz zu kommen wenn ihr euch im übrigen fragt warum heute eine schrift die das sonst weiter ausgelastet anderen wenn schreibt das einfach unten in den Kommentar oder das unterlassen Auf welchen Flüster-Nachricht in den Witch? Ich würde gerne gleich mit Stux um Doppelstunden davon machen. Da habe ich ja mit dem Doppelstunde. Und das wäre natürlich auch nicht logisch. Zumal ich das Spiel, was ich an 93 Stunden Stux habe, erst mal nicht ein Spiel wert, ich bin ja rassistisch. Und ich bin nicht bereit, bei solch einer Unsinnlichkeit, mich auf die Suche zu begeben nach einer Möglichkeit zu landen. Ich glaube dann. Heißt nicht, dass ich das Spiel fand. Aber ich gehe nach dem Motto, wenn ich was hier euch zeigen werde, das Spiel fand ich nicht. Das ist so ordentlich oder gar nicht. In meiner Meinung, es müsste auch eine andere Seite. Ich sage gleich, dass es ist. Und deswegen... Das Spiel ist etwas unsinnig gemacht. Also wenn ihr nicht wisst, weil ich rede von Ever Alone. Und... Ja... Okay. 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 Ich wünsche euch einen schönen Tag. Okay. 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 Achso, im Übrigen, für die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben und ja keinen Zugang zur Rita haben, kann ich euch sagen, ihr bekommt mit Dragonfly einen weiteren Taschenplatz. Es gibt dann sechs Taschen, nicht mehr nur fünf. Wir kriegen den mehr Platz in die Hütte. Und zwar nicht nur durch wahrscheinlich unsere Taschen. Das habe ich noch nicht rausgefunden. Aber wenigstens durch eine zusätzliche Tasche. Ob das in der Bank genauso ist, habe ich noch nicht rausgefunden. Werde ich aber bis zum nächsten Stream mit B.O.W. rausfinden. Das kann ich euch versprechen. Ich werde da gucken. Ähm, gestern wollte ich das schon gucken, kam aber nicht dazu. Weil gestern war der Metasurfer einfach so ein bisschen der Flash. Ja. So, Topf. Ich leide euch zu sehen. Könntet ihr den Besitz einiger bestrahlter Grün werden? Ja, konnten wir. Wir haben ihn so. Ich kann es kaum erwarten. Die neue Technologie aus dem Demensalus. Wir sind der Strahlung zum Opfer gefallen. Es wird Zeit, den Prozess zu tun. Man sieht sich. Ja, dann hoffen wir, dass er Glück hat. Wir sehen hier, wie er das Ganze macht. Jetzt sehen wir so ein paar Kapseln. Da sind ein paar grünen Brille. Hoffen wir, dass er die hier zum Leben erweckt. So, und ich habe gesehen. Hier unten ist noch eine Weste. Das ist bei Kelsen. Ah, nee, doch nicht. Bei Hauptbahn. Tret. Funkdüse. Tret. Ist das eine Aufforderung? Wir Gnome Regan. So. Der Kataklysmus öffnete tiefe Spalten unter der Höhle der Frostmähne. Trox strömt daraufhin aus ihren Bauten. Es gelang ihnen die Trolle, die dort lebten, zu verjagen. Und das gleiche Schicksal tut uns, auch wenn wir nicht handeln. Hochküfter Mechadrill hat den bekannten Dämonierer Karman Gleichgriff angeheuert, um die Spalten zu versiegeln und den Ansturm der Trox zu beenden. Er hat uns noch nicht mitgeteilt, ob es ihm gelungen ist, die Trox aufzuhalten. Würdet ihr in seinem Lagerladen Mühle der Frostmähne südlich des Trox-Siechter Grafens nach den Sekunden? Ja, sicherlich machen wir das hoffentlich. Wir haben ja auch gerade etwas besser. Das ist gut. Schönen Hammerplan. Gut. Dann fahr auf. Ich finde das richtig. Da wusste ich dieses Nummer-Schiff. PWN. Horn. Ähm. Das ist ja nicht. Ähm. Ähm. Ja. Lauter. Gut. Dann guck mal. Halt. Gut. Ähm. Hier seht ihr jetzt übrigens auf der kleinen Karte hier unten einen Pfeil. Das zeigt mir an, ich muss in die Richtung. Ich fahr aber aus. Aber. Ha. Jetzt werden mir gerade was entfallen. Das mache ich jetzt so schnell. Und zwar. Mal gucken, wo wir ein Händler finden. Da haben wir einen Händler. So, wir... Hält Freude euch zu sehen! So. Und dann sagen wir. Also. Wenn ihr etwas habt, was ihr überhaupt nicht braucht. Dann wird das mit einem gelben Blutkohlen gekennzeichnet. Das könnt ihr anstandslos verkaufen. Dafür geht es noch ein bisschen. Weil in anderen Sachen müssen wir euch immer überlegen. Brauche ich die? Brauche ich sie nicht. Verkauf ich sie? Verkauf ich sie nicht. Da wir die Sachen nicht brauchen, wenn sie verkaufen. Bringt Geld in die Kasse. Die Sachen hebe ich immer gerne auf. Weil wenn das mal ein Rollstuhl-Karte werden sollte. Obwohl die Messer verkaufen wird. Die brauchen wir nicht. Da abspielen. Wenn das mal ein Rollstuhl-Charakter werden sollte, habe ich diese Anpackssachen da und kann sie benutzen. Hier haben wir übrigens Ketten-Sachen. Da seht ihr übrigens einen Pandaren. Das ist ja eine Pandarin. Das sind Panda-Bärchen. Für die Leute, die das Spiel nicht kennen, erkläre ich das. Die kommen aus Pandaria. Und viele von denen sind Mönche. Und haben dann die Mönchs-Gerufe. Oder die Mönchs-Gerufe. Die haben jetzt Spiel gemacht. Und ihr seht hier ein paar Gnome, die in ihrem Mönch... Die werden da sein, als Mönche ausgebildet werden. Das sind mal Karate-Sachen. Und dann haben wir hier einen Platz in der Tasche. Und dann können wir hier noch mal was finden. Aber ganz wichtig. Meistens findet man unterwegs dann was und dann kann man sich unterbringen, weil man keinen Platz dafür hat. So. Grüße. Ah, dabei ist er, bringt's auf. So. Wie ihr seht, hier sind die Gegner immer noch alle gelb. Das heißt, sie greifen uns nicht an. Wir könnten sie aber angreifen. So. Und in der Karte seht ihr jetzt, wenn man über 100 ist, dann ist das ein bisschen besser sichtbar. Einen Marker, der zeigt, wie weit ich noch vom nächsten Ziel entfernt bin. Sobald man unter 100 kommt, wird der Marker immer dunkler und verschwindet schließlich am Ende ganz. Meistens, wenn man direkt vor demjenigen steht. So. Der Herr, der Herr Gleichgriff ist ein Zwerg. Merkt man daran, er ist größer, wenn auch nicht viel. Aber Gnome sind das kleinste, was in der Welt rumnet. So. Was kann ich für euch tun? Der, die Tunnel zu sprengen ist nicht schwer, aber dafür brauche ich mein Team und meine Ausrüstung. Vorher kann ich nicht anfangen. Ja. Man sieht sich. Dann hast du das Ganze wohl vermisst und jetzt müssen wir die suchen. Ähm, werden wir heute aber nicht mehr schaffen. Aber wir nehmen auf jeden Fall die beiden Quests noch an und gehen den Text durch. So. Wir werden jede Menge Pulver brauchen, um die Höhlen zum Einschluss zu bringen. Wir haben keine Ahnung, ob die verdammten Trox das Wust, als sie meine Vorrede stahlen und meinen Dämonierer entfüllen. So. Das Ergebnis ist dasselbe. Kann nichts in die Luft jagen, wenn ich kein Pulver habe. Geht nach Süden, zur Höhle der Frostwind und tritt alle Dämonierer, die ihr seht. Und jeder von ihnen könnte meinen Pulverfass, meine Pulverfässer dabei haben. Gut. Sollen sie den Pulverfässer dann besorgen das nächste Mal? Unvermisst. Ja, das ist auch so ein Fehler, aber ist kein Problem. Für solche Aufträge bringe ich normalerweise meine ganze Belegschaft von Dämonierern mit. Mit etwas Hilfe bei der Pulverherstellung, der Herstellung der Sprengungen und dem Rest in unser Zeug wird alles viel schneller fertig. Diese verdammten Trox haben meine Jungs überall rund um die Höhlen der Frostwind im Käfig gesperrt. Jetzt stehe ich ganz alleine da, ohne das Personal. Sowas Schlimmes. Gutes Personal zu finden ist immer schwer. Das ich für dieses Vorhaben brauche. Mödet ihr die Dämonierer finden, die die Trox eingesperrt haben und sie aus ihren Käfigen befreien? Klar, auch das machen wir. Das sollen insgesamt sechs Stück dann sein. Mögen eure Reisen sicher sein. Aber auch das machen wir das nächste Mal. So, jetzt eine kleine Dinge. Ich könnte jetzt natürlich sagen, wir bleiben hier, weil wir müssen das nächste Mal anfangen. Aber nein, das machen wir nicht. Wir fahren zurück nach Gnome-Arikaden. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Wenn ihr euren Charakter, solange er noch nicht das Endlevel erreicht hat, in einen Gasten ausstellt. Oder in die Nähe von einem Gast wird. Dann bekommt der hier oben eine blaue Linie hinten an die XP-Leiste heran. Was dazu führt, dass ihr während dieser Zeit, wo das blau ist. Das wird dann immer kleiner, wenn ich das benutze. Es schafft mehr XP zu bekommen. Und damit können dann entsprechend... Ähm... Ihr könnt ja schneller leveln. So, jetzt muss man gucken. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob das jetzt hier... Das müsste hier eigentlich das Gasthaus sein. Nein. Ich weiß aber nicht, ob der Gast hier rumgehen. Ja, wir müssen warten. Oh Gott. Ich glaube aber nicht, weil... Hier ist kein Gastwirt. Also ist da hier nur... So der... Okay. Irgendwo müsste man hier eigentlich ein Charm. Eigentlich. Ansonsten... Hier ist auch... Hier. Hier. Dann eine Halle. Auch nicht. Gut. Dann gucken wir mal, ob da oben... Ansonsten machen wir das jetzt ganz einfach. Und wenn das da oben auch keines ist, ich glaube nicht. Das ist auch kein... Gut, dann machen wir das Ganze ganz einfach. Wir gehen hin. Ich habe jetzt keinen Bock aus meiner Lust, Entschuldigung. Ich bleibe doch hier, wir gehen unten in das Gasthaus, wo der Betriebskasten davor ist. Das ist auch ein zweiter Schilder-Charakter. Ein Partner, den ich eventuell schieben lasse, den ich ein bisschen unterstütze. Das nächste Mal werden wir dann schaffen, bis dahin zu kommen, wo wir dann diesen Bonus kriegen. Wir bleiben hier, durch den Angehungen gesetzt. Hinsetzen. So, das war das Ganze für heute. Wir gehen aber erstmal in den Chatting. So, damit ich noch ordentlich zu sehen bin. So. Gut. Das war die heutige Session für World of Warcraft. Wir haben unseren Knob zumindest aus dem Knoberegal rausgespielt, haben die ersten 5 Level gemacht. Heißt, wir haben noch 55 Level vor uns. Das aktuelle Level ist nämlich Level 60. Und das wollen wir erreichen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das in den 2 Monaten wirklich so schaffen, wie ich mir das vorstelle. Aber wir gucken einfach mal, wie weit wir kommen. Ähm. Ich werde schon beim nächsten Mal sehen, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ähm. Wenn wir jedes Mal so etwa schaffen, 5 Level zu machen. Am Anfang wird das relativ einfach gehen, weil der Levelbereich relativ klein ist. Aber bei den höheren Level, so ich sag mal so ab Level 20, 25 wird es schwieriger, das Ganze wirklich zu schaffen, in einer Stunde 5 Level zu schaffen. Wir gucken mal, wie wir es hinkriegen. Und, ähm. Sehen dann weiter. Ähm. Für dieses Mal, ich werde jetzt erstmal hier den Ton von dem Spiel wegmachen. Genau so. Ähm. Würde ich sagen, wenn euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch auf YouTube freuen. Ähm. Wenn ihr dann sowieso schon da unten unterwegs seid, lasst doch bitte einen Kommentar da, ob euch das Ganze gefällt, ob ihr Kritik, Anregungen, Ideen oder sonst etwas habt. Ich gehe wirklich auf jeden Kommentar ein, das kann ich euch versprechen. Manchmal dauert es ein, zwei Tage, weil ich es nicht gleich feststelle. Wenn ich euch, äh, mit einem Kommentar warten lasse, zu lange. Nächster Stream, kurz in den Chat geschrieben, hier, da ist ein Kommentar, den hast du übersehen. Dann gibt es da natürlich auch gleich Post, wenn nach dem Stream eine Antwort drauf. Ähm. Und, ähm. Ja. Wenn ihr sowieso gerade da unten unterwegs seid, ein Klick auf den Abo-Button. Ich würde den Stream freuen und auch den Kanal und mich damit natürlich. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, Klöckchen aktivieren, dann kriegt ihr eine kleine Nachricht bei YouTube, wenn ein neues Video da ist. Momentan kommt so fast jeden Tag ein neues Video. Ich habe noch ein paar in der Hinterhand, die ich raufbauen kann. Nächster Stream auf Twitch, wenn ihr mir mal live folgen wollt, ist am Sonntag. Da werden wir wieder Reacts machen. Ähm. Und ich habe die Anregung eines meiner Zuschauer herangezogen, der mich doch darum gebeten hat, ob ich nicht alte Folgen von realer Irrsinn machen kann. Die werden wir auch machen. Aber es gibt auch eine neue Folge. Es gab nämlich eine neue Folge raus. Und die werden wir natürlich auch angehen. Und ich werde ein oder zwei Folgen, ähm, von den alten noch machen. Wir werden also volles Programm am Sonntag haben. Ähm. Auf dem Stream sein werde ich von 14 bis 16 Uhr dann. Bis dahin sagt euch Tschüss und bleibt kreativ. Eure Josy. Bis dahin. Bis dahin. Vielen Dank.